Hallo zusammen, heute geht es um die Stativtasche aus unserem eigenen Sortiment. Wir haben gesehen, dass immer Stative eigentlich so geliefert werden mit einer Tasche, die genau Stativ darauf geht. Und wenn du nachher ein Stativ hast, wo du den Kugelkopf drauf hast, dann ist sie zu klein. Darum haben wir so eine Stativtasche machen lassen. Hier gehen Stativbisse zu einer Länge von 65 cm. Und wir haben auf der Seite eine Tasche mit einem Erissverschluss, wo man dann Zubehör reintut. Plus, es hat hier einen Haken, wo man sie z.B. auch als Beschwerung verwenden können, nachher für Stativ an der Mittelsäule, wenn ihr z.B. 1 oder 2 Liter oder 1,5 Liter PET-Flaschen reintut. Also, ein Räumchen zum Tragen hat es auch noch. Ciao zusammen!